Oh nein, will er nicht den falschen Lutscher? Nein! Falsche Farbe! Nein! Oh! Hey Leute! Was geht? Kahn hier mit Streamlabs und Games und Leute, willkommen zu einem neuen Roblox Video. Und Leute, heute ist der erste Advent und wir haben eine Mission hier bei Roblox, passend dazu. Wir müssen Weihnachten anscheinend retten und auch dem Weihnachtsmann helfen. Das machen wir natürlich sehr, sehr gerne. Wir sind hier am Nordpol und müssen hier anscheinend irgendwas machen. Entweder entkommen oder irgendwas anderes. Ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall müssen wir über diese Brücke... Ach nein, die Brücke braucht einen anderen Weg, um herauszufinden. Okay, das ist wahrscheinlich einfach vom Englischen übersetzt. Aber versuchen jetzt erstmal hier über die Brücke zu kommen. Es soll ja dieses Jahr auch Weihnachten geben, ne? Ist ja klar. Okay, Checkpoint. Dann geht es hier runter. Ich darf wahrscheinlich nicht auf das Eis. Muss ich vorsichtig sein bei dieser Obi hier. Oh, und dann haben wir hier Schlütteln. Ja, irgendwas scheint hier am Nordpol nicht richtig zu sein. Es läuft irgendwas schief. Vielleicht mit den Geschenken oder so. Ich weiß es nicht. Oder vielleicht ist ja, weiß ich nicht, irgendjemand gekommen und möchte das Weihnachtsfest kaputt machen. Zuckerstangen. Riesige Zuckerstangen. Aber, geschafft. So. Wir dürfen nur auf das Eis. Nein, dürfen wir nicht. Oh! Ist das etwa der Troll-Weihnachtsmann? So, geht es hier rüber. Unnötig. Sowas von unnötig. So, versuchen wir es nochmal. Okay, geschafft. Dann geht es hier rüber. Okay. Ist das Schnee? Wahrscheinlich. Hm? Ich habe doch alles richtig gemacht. Okay, hier auch. Hier geht es auch rüber. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Aber auch das habe ich geschafft. Wir haben hier Schneemänner. Muss ich vorsichtig sein. Wir haben die Geschenke. Geschenke. Und Roblox. Vorsichtig, Mensch. Ist das ein Wal? Ich glaube schon. Oh nein. Was ist mit dir denn passiert? Eingefroren anscheinend. Okay, wir müssen das Seil hochklettern. Kein Problem. Auch das ist hier ziemlich einfach. Oh, ist Rudolf da? Schau mal nach der Nase. Ich glaube nicht. Nein. Leute, welchen Adventskalender habt ihr denn eigentlich? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und was war im ersten Türchen heute bei euch drin? Ihr wisst ja, wir haben ja einmal hier den Fortnite-Adventskalender ausgepackt. Ist natürlich cool, wenn es auch einen Roblox-Adventskalender geben würde. Gibt es den? Okay, ich soll mir Zeit nehmen. Das hier ist ein wenig kompliziert. Ich wollte gerade sagen, es geht. Aber anscheinend doch nicht. Was? Wieso? Jetzt hat es aber geklappt. Oh, das könnte hier Wackelpudding sein. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Okay, so. Es geht anscheinend hoch. Hoch hier raus. Oder müssen wir zum Nordpol kommen? Das könnte natürlich auch sein. Oder vielleicht sind wir schon am Nordpol. Und wir haben hier Kakao mit Marshmallows. Dann haben wir hier noch so Weihnachtskugeln für unseren Weihnachtsbaum. Sehr gut. Cooler Obi. Ja, okay. Dann haben wir Oreos. Warum auch immer. Sieht aber sehr schön aus, die Obi. Die gefällt mir. Das könnte hier Milch sein vielleicht. Ja. Oh, wir haben Cookies. Und Eisberge. Das geht noch so ziemlich gut. Gut. Weiter. Okay, wir müssen hier hin. Sehr schön. Cookies. Ich liebe Cookies. Es ist unnötig. Sehr unnötig. Komm schon, jetzt aber. Nicht beim letzten Eisberg. Ich meine, wir müssen den Nordpol retten. Oder auch den Weihnachtsmann. Ich fühle mir da noch nicht so ganz... Was? Schon wieder? Ja. 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 Ich würde mir hier auch keine Sachen holen. Ich brauche keine Power-Ups. Ich werde das schon so schaffen. Keine Sorge. Aber ein bisschen unnötig ist das gerade schon, muss ich sagen. Okay. Jetzt. Cookies. Kekse. Ich liebe Kekse. Man kann hier, glaube ich, seinen eigenen Weg gehen. Man muss nicht jeden Keks hier mitnehmen. Es sind aber schon einige, muss ich sagen. Oh, jetzt wird es ein bisschen schwieriger, Leute. Jetzt wird es echt schwierig. Das ist nicht so einfach. Ist das, weiß ich nicht. Könnte ein Zuckerstangen sein oder Strohhalme? Der hat eher nach Strohhalmen aus. Halt in Weihnachtsfarben. Warte, bitte nicht, bitte nicht. Bleib ruhig. Bleib ruhig, Kahn. Bleib ganz ruhig. Sehr gut. Das sieht ja richtig cool aus. Ich möchte das mal. Mit den Weihnachtsbäumen. Sieht richtig cool aus. Sehr, sehr schön. Okay. Oh, hier muss ich jetzt vorsichtig sein. Sehr, sehr vorsichtig. So, komm schon. Ich muss Weihnachten retten. Oh nein. Will er nicht den falschen Lutscher? Darauf hat doch keiner Lust, Weihnachtsmann. Wirklich keiner. Okay, ich wette, beim ersten Mal liege ich schon. Richtig. Danach Türkis. Die Farbe sieht schön aus. Nein, falsche Farbe. Wir sind schon bei Stage 29. Coole, lange Obi. Gefällt mir sehr gut. Und ein Ende ist noch nicht in Sicht. Rot und pink vielleicht. Sonst gucken wir es mal an. Yes. Och nee, danach nochmal. Vielleicht hier die rechte. Nein. Oh. Vielleicht. Die Mitte gelb. Ich finde diese Stages immer sehr, sehr unnötig. Nein, natürlich nicht. Ich finde es wirklich sehr, sehr unnötig. Das hat mit Skills nichts zu tun. Sondern einfach nur Glück. So, also hier hinten. Oh, wir haben es glaube ich fast geschafft, Leute. Wir haben Weihnachten gleich gewettet. Und dem Weihnachtsmann geholfen. Vielleicht gibt es da ein extra Weihnachtsgeschenk. Wer weiß. Yay, du bist fast raus. Also ich bin fast raus wahrscheinlich. Das heißt, ich muss wahrscheinlich wirklich vom Nordpol entkommen. So, dann versuchen wir mal nochmal unser Glück. Komm schon. Gleich haben wir es geschafft. Und. Yay. Schnell. Okay, ich muss auf den Schlitten und dann nach Hause. Yay. Wir haben es geschafft. Wir sind wieder zu Hause. Stimmt, das sieht so aus wie bei mir zu Hause. Nicht weit entfernt vom Nordpol. Wir haben Weihnachten anscheinend gerettet, Leute. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach unten. Überhaupt kein Problem. Gerne ein Abo da lassen. Und dann. Seht uns beim nächsten Mal, Leute. Ciao. 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 Ciao.